Hey Tina, super Mad Pupa Berichterstattung. Danke. Krieg ich deine Aufzeichnung in Wien-Matte? Für echte Nachrichten schreibt man nicht ab und auch nicht von mir in Mathe. Ach ja, geh du erstmal zur Nachhilfe, ich hab ne 3. Du hast ne 3, Moment, ich hab ne 4. Weißt du was, ich brauch dich nicht für die Story und Mannel wird viel besser als deine, du Flachhirn. Gut, würd mich freuen. Wirst schon sehen. Dann könnte ich mehr Informationen über den Mad Pupa bekommen. Tina, wir zicken uns an, tu nicht so, als wär das ein normales Gespräch. Oh, tut mir leid. Ähm, Schlampe? Viel besser so. Ich hasse deine neue Haarfarbe. Da geht noch mehr. Dein Lidschatten kommt ein bisschen billig rüber. Mitten in die Fresse, in meine.